Musik Und frech, trendig, aber ebenso sportlich und elegant. Kurzum, die aktuelle Frühjahr-Sommermode lässt keine Wünsche offen und bietet modebewussten Trendsetterinnen ebenso etwas wie dem Mann von Welt. Ganz aktuell sind V-Ausschnitte und Spaghetti-Träger. Trendfarben der aktuellen Kollektionen sind definitiv rosa und mint, was aber nicht heißt, dass die anderen Farben zu kurz kommen. Generell gilt Hauptsache bunt. Auch was die Muster und Stoffe betrifft, gibt es kaum Einschränkungen. Man trägt, was gefällt. Das wurde auch bei der Modegala im Wetz in Bernbach klar, wo den Kundinnen und Kunden vor wenigen Tagen die aktuell Modetrends präsentiert wurden. Und den Damen und Herren gefällt die aktuelle Mode, ebenso wie die Modegala selbst. Warum kommen Sie hier gerne her bzw. warum sagen Sie, das schaue ich mir an? Weil es eine gute Möglichkeit ist, sich zu informieren, weil ich meine Freundin treffe. Ich wohne jetzt in Graz und ich fahre immer wieder gerne her, aber es gibt doch tolle Sachen hier zum angenehmen Preis. Ich möchte mal schauen, wie die neue Mode ausschaut. Einfach vor Ort schauen, was passt, was wird heuer und vielleicht ist was für mich dabei. Ich gehe deswegen her, weil ich da meine Freundinnen treffe und die sind sehr modeinteressiert und ich gehe schon ewig her, wie immer. Haben Sie schon ein bisschen Zeit gehabt, sich umzuschauen, wo die Trends sind? Ja, ja, ich komme fast jeden Tag vorbei. Was gefällt Ihnen? Alles. Warum sagen Sie, das ist eine Modenschau, die ich mich gerne anschaue? Das ist alle Jahre so. Und wir sind immer runde und es passt. Ja, weil es lustig ist irgendwie und der, was das repräsentiert, das ist eine ganz liebe Frau und meine Freundin nimmt mich immer mit. Und da kann ich nicht nachsagen. Unbeschwert, abwechslungsreich und vielfältig, das ist sie, die aktuelle Frühjahrs-Sommerkollektion. So macht Mode Spass.